Das ist hier Waldberg. Kurz vor der Mien. Hier auf Blaupunz, das konnten sie ungefähr. Waldberg geht da rein, noch mehr. Und da sieht man schon der Mien, was groß ist. Hier mit Schornsteinen. Ich glaube, das nehmen wir gleich mit. Kommt aber nachher schon. Abfallstation. Abfall produzieren sie denn auch schon. Und linke Seite Solarpanels. Dann wissen wir auch gleich, wo Süden ist. Das ist immer ganz gut, das kann man sich dann rausfummeln. Geistig jedenfalls. Da ist AG-Technik. Und Norma-Wagen, was das hier alles gibt. In der Wien. Wir wollen die alte Stadt sehen. Und wahrscheinlich müssen wir dann links rum. Die Kirche ist da hinten schon. Nee, erstmal kommt ein Industriegebiet. Das ist hier Kaviar. Das hört sich erstmal gut an. Wer weiß, was das ist. Hier. Großartige Heizkraftwerke oder so. Der Wien. Da hat er Reifenwerkstatt. Vulkanizierwerkstatt heißt das noch hier. Gibt es ja auch. Wir fahren jetzt links rum. Hier. Plattenbauten mit Sozialanbindung. Dann haust ein bisschen. Na ja, sagen wir mal. Was tun muss man da? Drinnen. Erstmal, glaube ich, über eine Brücke. Nee, drinnen wollen wir ja nicht hin. Hier erstmal ein Zentrum. Wie heißt das noch? Guck mal, da ist schon die Päne. Genau. So, Päne wird ja nicht mehr weit. Das ist Päne. Jetzt sehen wir leider nichts. Blau. Scheiße. So, wie ist das denn noch hier? Was kriegen wir noch raus? Vielleicht vergessen. Ja. Retterverschlag. Kruppdach. Aber aus Kupfer? Leute, das ist aus Kupfer. Die Kupferdiebe. Die sind überall. Wird immer schlimmer. Was gibt's denn hier alles so? Bootservice. Schäbiges Haus. Rechte Seite. Raubputz. Linke Seite. Wieder Raubputz. Rechte Seite. Mal bloß vergessen, wie das hier heißt. Wir sind auch nicht jeden Tag hier. Hier wird noch gebaut. Erstmal Richtung Ortzentrum. Jetzt gehen wir weiter. Richtung Warenmüritz. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Das kann nicht schaden. Ja. Bloß wir dürfen jetzt nicht geradeaus. Da müssen wir einmal rumfahren. Ja, das sieht ja hier richtig. Boah, geht das ja aus. So. Erstmal links. Ja, hier Plattenbauten. Mit Sozialanbindung. Ich habe echt vergessen, wie der Ort jetzt heißt. Das sollen wir machen. Demi. Achso, steht auf dem Auto drauf. Genau. Wieder noch eine Rettung gewesen. Aber so schlimm wäre es ja auch nicht gewesen. Hätte ich das ganz vergessen. So wie das hier aussieht. Ja, also. Ganz so prickelnd ist das ja doch nicht im Ortzentrum. Wenn man die Mauten hier so sieht. Bis auf ein paar Ausnahmen. Vielleicht fanden auch viele Kampfhandlungen statt. Kann es auch alles haben. Zum Markt. Ich habe leider, glaube ich, die falsche Ausfahrt genommen. Muss ich gleich mal links. Zum Markt muss ich auf jeden Fall noch hin. Es geht nicht, dass ich hier dann vorbeifahre. Guck mal, da waren auch ein paar schöne Sachen. Da hinten muss ich noch mal rein, unbedingt. Leider immer geradeaus. Mal zum Zentrum, das wird auch mal, Leute. Hier nicht rein, oder? Ist nicht erlaubt. Doch, die anderen bieten nach. Das gibt es doch nicht. Alle ein bisschen schlauer als ich. Aber lasst mal. Wir fahren jetzt hier längs. Und dann links auf jeden Fall. Anklamm und so. Da war ich schon mal. Wieso denn hier nicht mal? Das hilft das doch nicht. Naja, sehen wir diese Ecke auch noch. Integrative Kita. Was wir immer mit Integration haben. Naja. Der IQ, der sinkt ja, weiß man. Da gibt es ein Zoo-Paradies. Das sieht hübsch aus. Erstmal eine Pause. Hier sieht es hübsch aus. Wieso ist denn hier mein Zoo? Stau hier gibt es doch nicht. Was ist da denn? Amtsgebäude. Krankenhaus. Und weiter geht's hier. Jetzt wollen wir aber endgültig links abbiegen. Kaffee noch da. Los, ein weiter noch. So, ich will jetzt hier aber links rum. Alles verstopft hier. Termin. Wir fahren erstmal geradeaus. So wollen die Stadt ja sehen. Hier gibt es einen K-Pub-Grill. Guck mal. Das muss auch nicht fehlen. So, bloß haben wir jetzt einen Fehler gemacht. Schon wieder hier nicht die City mitgenommen. Das war auch erstmal geradeaus. Erstmal hier längs. So, wir sind eigentlich auf dem falschen Weg. Macht aber nichts. Wir sollen Richtung Start fragen nachher. Da muss erst ein Schloss geben. Aber wir fahren hier trotzdem durch. Der Termin muss ja auch gesehen werden. von allen Seiten. Was gibt's denn hier? Kosmetik und Wellness. Hier gibt's den Centrum rein. Ja, auch tatsächlich. Ja, so wollen wir mal umdrehen auf diese Weise. Vielleicht sehen wir ja noch was. Hier ein bisschen Blätter von uns. Aber auch noch. Hier, Plattenbauten mitten im Ort. Der Termin. So, jetzt fahren wir hier längs. Ja, das haut hin. Das wird klappen. Oder da hinten. Pass auf, wir fahren da hinten. Das machen wir auch noch. Hier, wo es da noch alles ist. Das machen wir mal so auf die Weise. Guck mal hier, auch schickt da hinten. Schuhmacherei noch. Wo gibt's das denn? Ganz selten geworden. Klarer. Zetkinstraße. Dahinten ist noch ein Kirchturm. Auch ein ganz hübscher. Was wir jetzt machen. Ja, es klappt alles. Einbahnstraße. Hier rechts rum. Und Richtung Stabenhagen wieder. Hallo. Kindlein. Zwei Kindlein. Wir fahren jetzt gleich links rum. Einbahnstraße. Pause. So, jetzt hier Richtung Stabenhagen. Haben wir schon ziemlich alles gesehen. Der Hübsche da, die soll sich mal bei mir melden. Was wir gerade machen. Ich bin ein hässlicher Knabe. Vor allem hier. Alle jetzt nicht mehr. Ich habe mir nämlich ein neues Medikament gekauft. Das ist gegen die Primitivgesichtigkeit. Und das hat mir echt geholfen. Von daher bin ich jetzt ein Hübscher. Und kann das mit jedem anderen aufnehmen. Dann lachen sie nicht mehr über mich. Hier ist rot. Pause. Hier geht es ja längst. An der Kreuzung waren wir schon mal. Krankenhaus hier. Gibt es auch. Der Mien ist ja ganz schön groß. Haben wir nicht alles mitgekriegt. Aber lass mal an. Hier ist ein Lidl. Im Osten gibt es die Lidls. Und das Fluss hier. Tollense. Ich habe das mal vernünftig angemalt. Muss man würdigen. Mal sehen was da noch kommt. Noch nicht abstellen. Mal sehen was da noch kommt. Mal sehen. Eigentlich zählen wir das noch mal dazu. Oder wozu soll man das zählen hier. Neubrandenburg. Neubrandenburg. Das machen wir nächstes Mal. Mal hier. Das ist auch noch zu kaufen. Bei Ebay. noch die Beine herunterschalten. Das war's jetzt. Das ist auch jetzt. Glocke. Glocke. Das war's jetzt.